ansehen na komm zahnbürste ja gut waschbecken ansehen ähm nein gut na geh ich wieder zurück und guck mal was Chloe macht ah Chloe siehts noch immer da rum ok gut dann schnabulieren wir jetzt was könnte ich einfach mal so sagen unspechne erstmal Pancakes ich bin sterben für einige deiner Pancakes ich dachte du würdest die ah du hast mehr als William und er liebt sie ich erinnere mich wir würden uns einander um sie aus einem Stack zu holen also diese Zeit du kannst mir mit den Ingeniechen ich brauche dir die Ecke und Milch Ecke und Milch Ecke und Milch? kein Problem I Eier Eier wir brauchen Eier Eier na Cornflakes gebraucht Po uda Die Haarmilch? Cornflakes? Ah, warte mal. Wir sind in Amerika, ne? Heißt das vielleicht, dass die Milch vor der... Ja. Wo ist der Vogel? Ah, da ist die Milch. Jetzt für die Mütze Milch. Wo ist der... Da ist der Vogel. Kann ich davon ein Foto machen? Burt, weg! Fliege, du fool! Ah, ich möchte davon ein Foto machen. Ansehen. Oh, schau an den pooren Burt. Er scheint ein bisschen erschrocken. Egal. Ja, wir sollten vielleicht erst mal das Fenster öffnen. Ich erwarte, dass der Skye redet wird. So. Vogel. Ah. Natürlich. Jetzt müssen wir einmal komplett nochmal rum. Ah. So. Und... Jetzt gehst du raus, ne? Wunderschön. So, machen wir das Fenster jetzt natürlich wieder zu. Und dem hier Joyce die Eier. Ja, ja. Er ist ein schönes Mädchen. Ich bin ehrlich, wie sie ist. Ich hoffe, sie ist im Lodge in L.A. Ich würde mich auch vorstellen, Joyce. Aber... Wir sind der gleiche Weg, Max. Ich hoffe, dass Rachel wieder aufstehen oder sogar eine Message zu Chloe von Hollywood. Oder wo auch sie ist. Sei ehrlich, Joyce. Du denkst, Rachel ist okay? Gott, ich hoffe so. Sie war... ist... smart. Sie hat immer auf ihren Fett. Vielleicht weiß ich sie nicht so gut wie ich dachte. Vielleicht ist sie auch nicht so gut wie ich dachte. Manchmal fühle ich mich, dass ich nicht so gut wie ich dachte. Max Caulfield, bist du wirklich stolz von Rachel? Vielleicht. Rachel war so viel cooler als ich. Oh, du denkst? Dann warum hat sie mir gesagt, dass sie mehr wie dich in den letzten 5 Jahren wäre? Ich wundere mich. Hat sie wirklich? 5 Jahre später fühle ich mich als 1,000 Jahre alt. Und das macht mich, was? Eine Jahre alt? Du bist nur 18 Jahre alt, Max. Oh, junge Leute. Wenn ich nur wieder zurückkommt. Es ist nicht so, Joyce. Voila! Ein Frühstück für uns Queen. Und ein King. Geh sitz auf dem Tisch. Geh sitz auf dem Tisch. Vielleicht... äh... Ja. Gut. Hinsetzen. Gut. Hinsetzen. Die... Die... Gießt sie nicht. Thank you so much, Joyce. I'm glad that's creamy and not crunchy. Good. You can clean. Essen. Ich dachte jetzt, ich könnte mir eigentlich noch Erdnussbutter drauf machen, ja? Pancakes mit Erdnussbutter. Wieso nicht? Aber... Hm. Wieso kann ich meine Pancakes nicht mehr essen? Erdnussbutter. Ich bin glücklich, dass sie nicht schwarzen und nicht schwarzen. Äh, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich weiß, dass diese Fotos nicht mehr an deinem Arbeit, Max. Meine Fotografie am Liebsten, wahrscheinlich nehmen Bilder wie du. Du hast als David glücklich. Er möchte uns alle glücklich. Er ist einfach nicht so großartig. Ich bin glücklich. Ich weiß nicht, dass ich ein Ausgleicher kann, wie Rachel. Du hast dein eigenes Kniegutband. Wowzer. Ich bin glücklich, dass ich das Tag richtig erinnert. Ich bin glücklich. William fang das Bild mit seiner Kamera automatisch. Oh. Es war die letzte Bild erzune, die er immer fang. Er hat sein Auto direkt nach dem, und... Und... Ich weiß, Joyce. Entschuldigung. Ich habe das nicht gezeigt, um zu sein zu sein. In Wahrheit, ich will, dass du das hast. Das war, als mein Baby war so voll von Leben und Licht. Sie war hopeful, positive. Und alles, was sie nicht heute ist. Und das war das letzte Mal, ich sah Chloe wirklich glücklich. Habt ihr euch eine Böden-Session? Es ist nicht immer über dich. Chloe, bitte. Es ist zu früh, um zu beginnen zu spüren. Eat, statt. Ich werde die Warden bleiben, während du in der Garage gehst. Jetzt stoppen, oder ich weiß, du sprichst über mich. Stopp, dass ich so nöse, Mutter. Nein, ich kann hier nichts machen, ohne mich zu spüren. Oh, niemand kann mit dir reden, Chloe. Du fliehst aus der Handel. Entschuldigung. Ich muss die Böden benutzen? Natürlich. Ich schaufe und schaufe, wenn du mich zurückkriegst. Jetzt, wer ist die Paranoid? Ich höre dich. Nichts mehr. Ich habe hier eine Schublade, Vorhänge, Schloss, Waffen, Schloss. Schrank. Ähm. Vorhänge, Schloss. Schrank, Schrank, Schrank. Ein Buch. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Ja. Obviamente David's parents care about him. That date might be a good password. Ja. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Hm. Ne. 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 David ist ja auch so ein Kriegsveteran. Und ähm. Ja. In diesem schönen. In den Dokumentationen, die wir gesehen haben. Gab es halt. Die Veteranen aus Vietnam. Und die haben tatsächlich halt. Es gab mehr Selbstmorde. Es gab da mehr Selbstmorde unter den Veteranen. Weil. Äh. Ne. Mehr Selbstmorde als in diesem Krieg gestorben sind. An amerikanischen. An diesen amerikanischen. Veteranen, die da gefallen sind. Und. Maybe this ID number might work. Das ist schon. Heftig. Also. Ich glaube das. Das kann auch. David would buy a heavy duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. Hm. Glaube ich nicht. Nothing in it. Bis jetzt. Die License. Waffennummer. Glaube ich. Das Beste. Ja. Nothing to see here. Ja. Gut. Auf jeden Fall. Könnte es auch David. haben. Maybe I could try to step the head for the password. Hehe. Als ob der. David has been dragging this head around since 2001. Hm. Ich glaube nicht, dass er halt. Gut. Was ist denn die Sonnenblende? Was können wir denn an der Sonnenblende machen? Joyce might as well have wrote, let's get married. Äh. That might be a useful password. Näh. Wohl. 2008. Hm. Ein Messer. Even David Madsen might be an Angel to somebody else. Gut. Ich glaube ich habe jetzt alle möglichen Passwörter. Oder die Schublade habe ich die schon. Ja. Maybe I could try to step the head for the password. Than get reitet. In God не wel.